Hallo Freunde, Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Raid Shadow Legends. Ich bin schon bei dem, ich hab schon ein bisschen... Ich schah auf jeden Fall bei meinem Freund vorbei. Ansonstenen lassen ich mir da- 뒤essen lieben RampENTwind der EA. Aber das ist auch ein bisschen wichtig, wie? Ja. So, das ist jetzt die letzte Runde. So, das Runde 133, das seht ihr da oben, Moment, Bürste, hier, 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 warte, hier, egal, 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 egal. Einfach weiter. Komm! Wieso friert der jetzt ein? Ich rühre es gleich raus. Was ist denn das hier noch für eine? Das hier? Das hier? Das hier? Pamm! Yeah! Level up und wird erst wieder zu der Karte. Ne, nicht zu der Karte. Hey, geil. Was zum Arena? 50k Münchner. Los! 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 Das hier? Das hier? Das hier? wieso habe ich 100 was 136 energie alter ich bin auf 152 jen 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 Nein, 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 ihr wisst nicht, was ihr heute tun werdet, sie werden eine Art Hochzeit, dann geht ihr zum Mondverlust! Nein, was, die Raketenfalle? Shit! Ohhhh, das ist mein Wort! Ja, 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 ja! Ohhhh, das ist mein Wort! Oh, okay! Was ist das denn für eine? Oh nein, oh nein, oh nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 und nein, und ich beende das Video. Vielen Dank.